Frau Prof. Habeck, liebe Nadja, wir sind hier in Wien beim St. Gallen Konsensus Meeting und es werden ja, bevor der Konsensus kommt, wird ja nochmal aufgearbeitet, was es alles für die einzelnen Bereiche im Bereich Brustkrebs an Therapiemöglichkeiten gibt. Und es gab eine Sitzung, in der du auch einen aktiven Part hattest zum Herz bei positiven Brustkrebs, beim frühen Brustkrebs. Was gab es da? Ja, also wir haben zum einen nochmal die Standards besprochen und die haben sich eigentlich in den letzten Jahren nicht geändert. Da sind wir auch in Deutschland sehr gut aufgestellt. Standard ist ja bei der Herz bei positiven Erkrankung die neoadjuvante Chemotherapie mit beiden Antikörpern Trastuzumab und Pertuzumab und dann entsprechend, ob bei der Operation alle Tumorzellen schon weg sind, was wir dann PCR nennen, pathologische Komplettremission oder ob noch Resttumor da ist, wird dann die Therapie nach der Operation festgelegt. Und das wäre dann im besten Fall, wenn aller Tumor schon weg ist, kriegt man nur noch die Antikörper für ein Jahr. Zwei Antikörper, wenn der Tumor Lymphknoten befallen hatte, sonst nur das Trastuzumab alleine. Und wenn noch Tumorzellen übrig waren, dann wird nochmal gewechselt auf das TDM1. Das ist auch ein Antikörper, Trastuzumab mit dem Rucksack, so eine Chemotherapie dabei. Und das ist dann wirkungsvoller als der Antikörper alleine. Also insofern, die Standards sind gut. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist für Frauen, die da neu diagnostiziert werden, dass im Moment ganz viele Studien laufen zu dem Thema. Zum einen, wenn noch Tumor bei der Operation zu finden war, also eine sogenannte Non-PCR aufgetreten ist, was kann man vielleicht noch besser machen als dieses TDM1? Da laufen Studien in Deutschland mit neuen Medikamenten, die das TDM1 ersetzen sollen, mit dem Trastuzumab der Rucksdekan, was ja in der metastasierten Situation schon zugelassen ist. Oder, dass man zum TDM1 noch Medikamente, wie zum Beispiel die Immuntherapie, dazu nimmt. Das wäre dann die Astephania-Studie. Das erste wäre die Trudi- oder Destiny-Brest-05-Studie. Also, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wenn man in so einer Situation ist, sollte man an seinem Zentrum fragen, ob es eine Studie gibt. Und wenn das Zentrum die Studie nicht anbietet, dann die Kollegen bitten, dass sie einem ein Zentrum in der Nähe empfehlen. Und wir machen das genauso. Wenn wir in dem Bereich Studien nicht anbieten, dann würden wir die Patienten auch zu einem anderen Brustzentrum in München schicken. Weil man kann da nur profitieren. Man kriegt in der Studie auf jeden Fall den Standard und eventuell sogar was, von dem man annimmt, dass es besser ist. Ob es dann wirklich besser ist, muss die Studie zeigen. Aber es bleibt ja, die Grundtherapie bleibt ja erhalten. Genau. Also bei der Grundtherapie hat sich erstmal nichts geändert. Wie gesagt, Studien zur Frage, kann man noch mehr machen, wenn noch Tumor übrig geblieben ist? Und das andere, was in Deutschland auch läuft, sind Studien zur Frage, vor der Operation muss man überhaupt so viel machen? Wird es von der WSG ein neues Projekt geben, was dieses Jahr startet? Die ADAPT-HR2-Studie Nummer 4. Wir zählen das so durch. Und da schauen wir, ob das Trastuzmab-Dorux-Dekan, das ist eine sehr moderne Variante von Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, eben zugelassen, schon in der Metastasiten-Situation, ob das nicht besser ist als Standard-Chemotherapie mit zwei Antikörpern. Also es gibt viele Studien zu dem Thema und deswegen schadet es nichts, wenn man seinem Brustzentrum einfach auch mal fragt, haben Sie eine Studie bei der herzweil-positiven frühen Mammakarzinomerkrankung? Wenn jetzt die Operation vorbei ist und die Patientin ist auch noch hormonrezeptor-positiv, bekommt sie dann die antihormonelle Therapie parallel zu der anderen Therapie? Ja, das machen wir parallel. Das haben wir auch schon in mehreren Studien geprüft. Das ist bei den Antikörpern sowieso kein Problem. Das kennen wir seit Jahren. Und bei den Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten wissen wir aus klinischen Studien, dass es die Wirksamkeit nicht herabsetzt. Was man ja denken könnte, wenn man die Tumorzellen im Wachstum hemmt, dass die vielleicht auch schlechter auf das Antikörper-Wirkstoff-Konjugat ansprechen. Aber das ist auch nicht der Fall. Also auf jeden Fall die Anti-Hormon-Therapie parallel und das andere, was wir mittlerweile auch sehr gut uns angeschaut haben, auch die Strahlentherapie kann man parallel geben. Da gibt es auch in den AGO-Leitlinien ein Extra-Dia zu dem Thema. Aber die moderne Strahlentherapie ist ja eh so kurz, dass das eigentlich praktisch gar keine große Rolle spielt. Gibt es denn auch für die herzweil-Positiven irgendwelche Überlegungen zu deeskalieren, also weniger zu geben? Ja, also ganz, ganz sicher. Wie gesagt, wir bei der WSG versuchen das jetzt mit einfach zwölf Wochen von einem, zwölf oder achtzehn Wochen, je nachdem wie das Ausgangsstadium ist, eines Antikörper-Wirkstoff-Konjugat ist. Und wenn dann aller Tumor weg ist, dann reichen Antikörper alleine in der Erhaltungstherapie nach der Operation aus. Und es gibt auch andere Studien zu dem Thema. Also wir versuchen einfach, weniger Chemotherapie zu geben oder auf die Chemotherapie, zumindest die systemische Chemotherapie, ganz zu verzichten und vielleicht zu gucken, ob diese Chemotherapie, die mit dem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat dann den Körper kommt, nicht ausreichend ist. Also da läuft noch viel Forschung. Und wir haben heute auch in der Sitzung gehört, dass es auch neue Ansätze gibt aus der Metastasierung, dass man vielleicht ganz verzichten kann auf Chemotherapie. Nur Antikörper gibt, wenn der Tumor eine sehr, sehr gute Heilungschancen hat. Da gibt es jetzt auch neue Tests, die das sich anschauen können. Oder es gibt Antikörper, die das eigene Immunsystem aktivieren, dass man eigentlich auch für HER2 einen Antikörper gibt, der gleichzeitig aber auch die Möglichkeit hat, dem Immunsystem zu zeigen, hier ist die Krebszelle. Und das sind natürlich auch ganz spannende Ansätze. Aber das ist noch nichts für heute oder auch nicht für nächste Woche in der Klinik. Aber das ist vielleicht so die Richtung, wo es hingehen wird. Aber es wäre eventuell, auch wenn es solche Studien in Deutschland gibt, auch eine Sache, wo man eventuell als Patientin teilnehmen könnte. Genau. Aber im Moment gibt es sowas noch nicht. Aber das kann ja kommen. Auf jeden Fall, die Forschung geht da immer weiter. Und der Trend geht dazu, dass man am Anfang möglichst wenig gibt und nur dann noch ein bisschen mehr gibt, wenn einfach das nicht ausreicht, um alle Tumorzellen zum Verschwinden zu bringen. Aber bei HER2-Positiven findet die Ersttherapie vor der Operation statt. Ja, also das ist internationaler Standard. Da wird auch gar nicht drum herum diskutiert. Das einzige Ausnahme sind kleine Tumoren bis zwei Zentimeter. Und wo man im Ultraschall und in der Mammografie keine befallenen Lymphknoten sieht und auch nichts tastet, da kann man die Operation anstreben. Und in den meisten Fällen bleibt es dann auch bei dem Stadium. Dann reicht eine kurze Chemotherapie nach der Operation mit dem Trastuzumab für ein Jahr vollkommen aus. Und wenn sich dann nach der Operation herausstellt, dass doch vielleicht ein Lymphknoten befallen war oder der Tumor deutlich größer war, dann muss es eine Chemotherapie mit mehr als einer Substanz sein. Vielen herzlichen Dank. Gerne.